Janett Conrad erzählt uns nun von dem Missgeschick einer deutschen Sekretärin in einer französischen Firma. Anke ist Deutsche und arbeitet seit zwei Wochen als Chefsekretärin in einem französischen Pharmaunternehmen im Stadtteil La Défense bei Paris. Montagsmorgens kommt der Direktor, Monsieur Dutoy, zur Tür herein. Guten Morgen, ich muss in drei Stunden zum Flughafen. Meine Dienstreise nach Stockholm. Können Sie bitte meine Chemise vorbereiten? Chemise heißt Hemd, weiß Anke. Jetzt soll sie sich allen Ernstes um die Oberhemden ihres Chefs kümmern? Ist das ein schlechter Witz? Mit gezwungenem Lächeln schreibt sie weiter in ihrer Mail. Drei Stunden später, Monsieur Dutoy, nun ziemlich ungehalten. Anke, es ist dringend, ich muss los. Haben Sie mir die Chemise rausgelegt? Anke zögert einen Moment. Diese Franzosen sind unverbesserliche Machos. Ich soll nicht nur Kaffee kochen, sondern mich auch noch um die Hemden des Chefs kümmern. Nicht mit mir. Sie fasst sich ein Herz und erwidert. Nein, ihre Hemden habe ich nicht rausgelegt. Die bügeln Sie bitte selbst. Das Gesicht von Monsieur Dutoy ist plötzlich wie eingefroren. Anke ahnt nicht, dass das Wort Chemise zwei unterschiedliche Bedeutungen hat. Während sie an Oberhemden dachte, redete ihr Chef von kartonierten Mappen, in die man Akten ordnet. Das Wort Chemise kommt vom Lateinischen camisia, mit dem man seit dem 4. Jahrhundert ein Kleidungsstück bezeichnet. Camisia geht seinerseits über das Gallische auf das germanische Wort Hamitia zurück. Hamitia ist wiederum eine Ableitung von Hamon, was so viel wie Hülle, Bekleidung bedeutet. Und von Hamon zum deutschen Hemd, das ein Oberbekleidungsstück bezeichnet, ist es dann nur noch ein kleiner Sprung. Eine erstaunliche lateinisch-germanisch-gallische Wortwanderung, nicht wahr? Die französische Chemise bekleidet, verhüllt also etwas. Im ersten Sinn den Körper und später dann auch andere Dinge, Akten oder Dokumente. Diese Chemise bezeichnet eine Mappe aus Pappe oder Plastik, in die man Schriftstücke legen kann. Eine Bedeutung, die Anke nicht so leicht vergessen wird. Was ist das? Unruhung, die Anke nicht so leicht verschafft.